auf Konzentration bitte ihr wollt ihr Tänny töten, ihr Schweine muss mal ab der ersten Runde echt konzentriert sein hier sind ja dann fang schon mal an aber selbst ich bin bei sowas aber selbst ich bin aufgeregt bei sowas er kann nicht mehr nein nein er lügt ich hab ne kleine Momente er lügt doch nicht ich hoffe dass er lügt wie ich bin genau so schnell in der Mitte ist einer gewesen, der hat sich wieder zurückgezogen er ist wo rechts von dir, er ist wo rechts von dir, rechts von dir wofür kommt der mit dem gegengeister darf ich die Krankenwagen-Aid schmeißen? ja in der Mitte war aber gerade noch einer oh fuck hier steht aber der Clay warte mal ja ja ich wollt sie doch gerade ich hab einen jetzt bin ich voll in der Mitte ja ich geh wieder zurück ja ich geh wieder zurück ich bin wieder da Ja man, ich bin da so... Fixen Törnern, du! Du mein Knobabodo, Alter! Genau soweit, gut. Weiter so. Gut, Knut. Frau Kelty, du bist ja ganz gut unterwegs. Jaja, ich hab was geändert los. Ah, hab ich nix. Von mir drauf? Bitte, war einer. Nein. Hab einen. Rampy, bist du oben bei uns? Irgendwas an der Bombe oder so? Ah, immer noch lachig. Ich... will nochmal die Nate werfen krankenwagen und so. Mit der Mitte rechts, KT. Scheiße. Die sind hier noch in der Mitte. Ja, ja. Ja, ja. Ist ja da einfach so. Lieb's da einfach und schmeckt so. Wirklich. Der lach da so, weißt du, so. Schlafen-mäßig-Modus. Naja. Noch ein bisschen Zielwasser. Ich hatte nur noch so einen Rest, ein Glas, so. Ne, hatte ich gestern auch nicht. Echelig. 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 Ja, das ist auch schon. Aber... Naja. Der in der Mitte muss weg, damit wir den Nate schmeißen können. Das wär cool. Weißt du. Das ist auch gemütlich. Wahnsinn. Guck mal, er rennt auch einfach rein hier, während du mit der Typ feist. Scheiße. Ach, Ucht. Ja, Ucht. Ciao, Bär. Sehr schön. Hier. Guck da, Ramgy Navi, Alter. Boah, Schlaff Gaming. Guck da, Ramgy Navi, Alter. Schlaff Gaming mit X, ja. Ja, Mann. Echt. Also bei mir oben kommt immer einer durch. Baa, aber jetzt... Ja, der eine, der stellt bei mir in die Hände. Wir gehen in der Mitte immer eine Klemmer rechts in den Gang, chillt er erstmal, dass ich ihn halt leider nicht ziehen kann Hier ist was, bei A, ich hab was Ja, ich hab was Ich weiß nicht, wen ich hab, aber ich hab einen für Stunt eben Warte, ich geh rüber Klemmer oben liegen Auch in der Mitte Jawohl Nein Jetzt nicht weglaufen sollen, ey, scheiße Die Klemmer steht auf jeden Fall Die Klemmer steht in eurer Mitte ist schwul, Alter Der eine kam von unten, der eine stand oben Jetzt ist meine Klemmer hochgegangen Würde ich einfach mal so behaupten, weil sie bummen gemacht hat Deswegen könnten die einen theoretisch jetzt auch von hinten kommen Ich glaube, dass die hochgegangen sind Hat man mit dem nicht gehört Cool Die sind verfuckte Klemmer hochgegangen, ey So ein reiniger Rotter Boah Ich bin voll komisch, irgendwie Ich brauche eine Taktik hier Ja Die sind ein Hardcore-Clan, die rechnen mit so vielen Nails, deswegen stehen die so deaf Da war mal Rampy Es sind noch zwei jetzt Nice Ja, man, eins nur noch Rampy rastet heute wieder aus Viel Wasser am Start, oder was? Ja, ich hoffe, dass er ausrastet Ja, ich habe gedacht, ich habe gedacht, er sitzt in der Ecke da vorne Ja, ich habe jetzt halt echt nochmal wegerannt Ja, natürlich Na egal, weiter so Mal gucken, was die denn machen Da hat sie wieder geplant Mann Hm Also, also die können eigentlich Nicht Ja Hahaha Scheiße Ich habe ihn zu spät gesehen, ja Das Kotzen, Alter Ich habe ihn zu spät gesehen, ja Das Kotzen, Alter Ich habe ihn zu wissen, dass der jetzt die ganze Zeit sich so dahin kündelt, Alter Das ist kein Ding Ich kann die auch von der anderen Seite abschießen Was ist alles cool, Katie, bleib los da drin Ne, ich war nicht in der Mitte Hab ich nicht geguckt, gerade ich war bei Flodorus Weil er gesprayt hat Jo Rage 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 Nein Nein Es wird safe entschieden, Steven, komm wir rüber Nein Was? Boah Aber die stehen so deaf, Mann Ohne Spaß Ja Kaiser Ja, ja, machen wir jetzt Nicht pushen Ich meine gegen push, aber einer oben über rechts Einer oben über rechts Könnt er durch Okay Steht Egal Steht Egal 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 Steht direkt den Steinen mir gegenüber Also noch mehr als fünfmal ansagen, dass da einer in der Mitte genau auch einfach so rumsteht Ja, aber wenn wir ihn nicht holen können, dann können wir das nicht machen Sonst in der Mitte war nicht nur einer, deshalb hätte ich gereinigt, wenn ich... Ja, in der Mitte waren zwei Ja Dann stelle ich oben nur die Claymore im Vorbeilaufen da oben hin Ich hab extra so eine Klasse gemacht, weil ich wusste, dass sowas kommt Warum bin ich so langsam, Alter? Ich komm mir voll langsam vor Da oben ist schon einer Ab ihn Ab ihn Nein! Ah, noch zwei, oh, ich dachte, dass lebt nur noch eine Alter, ja, ich wüsste nicht, wo der Typ ist.. ich bin nicht gesehen, jetzt hat er jemanden Der war wahrscheinlich oben in der Garage oder so. Oder Stein oder so. Geh ich mal von aus. Einer hinten am... Oh Gott, Alter! Der steht ganz, 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 ganz! Kuck, die geht zurück. Das war jetzt mein Fehler. Doch, das ist schon mein Fehler. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Hey, die bleibt doch da sitzen. Oh, du weißt, da war's doch gut. Aber da war's ja doch gut. Aber da war's ja doch gut. Dann kommen wir uns noch im Blick und alles cool. Jetzt hin? Ich weiß. Irgendwie sagt ihr das wahrscheinlich an. Der geht ja auch warm. Ja. Hm? Ne, der ist links von Katie. Irgendwas hat er geklimpert. Ja. Ja, der ist am Bus gewesen. Nein, jetzt, jetzt! Über 2 Sekunden, ey. Hat er das nicht gekriegt, dass ich jetzt umgefallen bin? Ja, der platziert schon. Normalerweise platziert er schon. Das brauch ich nicht. Er legt die Heißweiß hin! Geil! Jetzt, jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! Decker! Und jetzt geht's! Du machst hier Faxen, ne? Du musst vorne runterladen, oder? Ich hab wieder Depp, ja? Ich hab nichts. Und hier ist was reingeflogen. Hier ist was drin, hier ist was drin. Oh mein Gott! Das war der Falsche! Oh mein Gott! Das war der Falsche! Hmhm! Sehen da 100 Punkte, ich denk, der ist umgefallen, auf den ich geschossen hab und das war nur meine N8. Oh Gott! Ich hör auf zu schießen und ich... Ach, Mann! Warum spielen die denn so, Mann? Ich weiß nicht, die spielen echt freaky! Oh mein Gott! Ach, die machen das schon! Einer noch! Der Knecht! Der ist Faker, oder? Ja, denk ich. Oh! Oh, 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 oh! Oh! Ja, ich hab ihn doch eigentlich gehabt, Mann! Oh mein Gott! 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 Soberkörper, Mann! Das ist mehr als das, was die spielen, also... Ja, die spielen echt nicht defensiv, also... Ja... Ich sag doch, aber bei mir kommt was. Ja, ja... Mach mich! Ey, nicht mal abdringen! Hey! Bei B's auch? Hier ist was! Ne, jetzt... Steckst du die oben nochmal? Eich auch? Hoher! Ne, ich bin so weh! Ja... Mitte bist du noch, Mono? Ja, ich... Ich hab keine mehr, meine hat schon getroffen. Ich bin beinahe aus der Mitte rausgezogen. Oh, bei mir, bei mir! Bist du Fahrstuhl noch oben? Pass auf, die Claymore auf, da steht immer einer! Oh, da hab ich durch die Wand! Durch die Wand! Da steht immer ne Claymore! Einer noch! 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 Bleib def! Mitte bist du noch Mono? Ja... 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 Wie ich ihn gezogen hab! Hehehehe! Aimbot! 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 Ja, ja, ich guck hier! Ich geh rüber! Vorsicht halber! Ich hab noch ne Stand, ich schmeiß jetzt mal dahinter! Okay, da war nix! Da war nix! Boah! Hehehehe! 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 Ich hätt mich so verjagt, Alter! Ich mich auch! Ich hätt wahrscheinlich wieder gebrüht! Ich glaub ich wär gestorben! Ich glaub ich wär gestorben, Alter! Oh, das war die Karte! Wenn man so stehen bleiben muss... Ich hab nix, aber hier ist auch... Wow! Ich hatte mal eine Meld in der Hand! Weil jetzt hier auf einmal kommen sie voll schnell! Ja, hab ich aber nicht getroffen! Ja, ich hab auch gestorben, aber da war nix! Also, da war nix! Ja, da war nix! Ja, da war nix! Boah! Warte! Nein, nein, nein! Oh Gott! Was? Nein! Ich hab doppelte A-Bahnung gehabt! Der fällt aber auch nicht, ey! Nee! Ja, ich auch! Oh, eine andere Waffe! Okay! Nein, ja! Der hat noch 100 Zähigkeiten, Leute! Der hat keine Zähigkeiten drin, oder? Ja, hat es! So wie er gezuckt hat! Ja, egal! Wir holen jetzt noch zwei Runden am Stück und dann ist gut! Ja, ja! Sieh, Senior! Wir müssen allerdings n bisschen einen Torsprung haben! Ja, die stehen echt sehr defensiv, Mann! Das wird echt schwer! Wie ist das? Wie ist auch? Nix! Spät zwei Nades! Nix! Wie kommt jetzt hin? Äh, das nix! Ja, jetzt komm! Ja, jetzt komm! Ja, jetzt komm! Ja, jetzt komm! Loll, Alter! Wie ist denn er so schnell dahin geflitzt, Alter! Mein Gott! Ich hab mich nicht gesehen! Ich hab mich gar nicht! Nix gesehen! Sorry! Jetzt hätte ich ihn eingesagt! Ich hab ihn aber nicht gesehen! Lob bleibt einfach da stehen! Chill! Ja! Ja! Ja, die spielen ganz nix wirklich! Ja, die spielen ganz nix wirklich! Ich bin nicht komisch dauer! Schön! Oh mein Gott! Ahhhh! Hätt sie unten bleiben müssen! Ja, ich hab mich hinlegen sollen! Rechts Floor! Weiter unten! Ne! Tief! Ja! Du? Nix! Hörst du dann links rum und ich rechts? Nein, ich hab ihn jetzt gesehen! Also alles so wie eben. Jetzt platziert. Da liegt er noch! Da ist er noch! Da ist er noch! Da saß er. Ja, die Clamer war auch noch. Da saß er alleine. Wo kam der gerade her? Von unten durch oder was? Okay. Ich hätte ihn gar nicht töten dürfen, mein Glade. Die spielen richtig ekelhaft. Hier ist drauf. Ja, und jetzt an, hier ist was bei A. Action, action! Nade! 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 Ach was! Jawoll! Jawoll! Ja! Ja, genau! Katie, du musst ein bisschen schneller auf die Karte gucken. Wenn der Klero wegfällt. Dann weißt du, wo der Gegner lang kommt. Gerade eben. Ich wusste, dass der da kommt, aber ich wurde von hinten beschossen. Da, wo jetzt Wage ist, wurde ich beschossen von da. Ich versuche mal so schnell wie möglich da runter zu kommen. Aber wenn ich in dem Moment, wo ich runter springen komme, da die Nades direkt an den Fahrspul machen. Ja! Ja! Oh! Oh no! Blauber Mono! Die Mono-Klee! Ah, die steht immer unterschiedlich. Die steht immer woanders, die steht niemals an derselben Stelle. Ja, man muss die mal Stereo stellen, ne? Ich will direkt drei auf, Alter, wenn die Mitte, dann kommt die Nimmfunk. Toll wie Surround, Alter. Jeden, ey. Fünffunk eins und so. Bam, bam. Der B, Nade, los, wir go. Ich seh hier nix, Tommy. Ich geh gleich rüber. Nee, kommt auch nix von mir, also ich seh nix von der Mitte. Die sind alle komplett auf die... Guck unten. Guck unten, Tunnel. Nein, Alter. Einer hinter der Bombe. Jawoll, Clero. Die hinter der Bombe ist weggerannt. Drei noch, Jungs. Egal, ich push jetzt. Diffuse, Diffuse einer. Der andere deck ihn, deck ihn! Bitte, Mitte! Ja! Ja, geht doch. Du konntest dir einer nicht mehr ansagen, ich hab informiert, dass er mir in den Rücken schießt. Jetzt ist mir noch wärmer. Die wird ganz heiß. Was war das? Nein. Ich hab echt grad gedacht, du bleibst da echt stehen jetzt. Nein. Ich hab zu ihr noch gesagt, dieser Mitte. Ja. Bestimmt. Hat er. War auch richtig hoch. War gut. Schön. Doch, geklappt. Bei sowas war grad eben wieder so ne Situation, die war echt gut gemacht. Ja. Eine Runde noch. Einen Punkt, Jungs. Jungs. Mädels. Ja. Wir dürfen ja nicht die weibliche, äh, gleich sehen. Hier ist was A. Ja auch. Ja auch. Ja auch. Ja auch. Hier ist oben dauernd. Er ist oben dauernd. Er ist oben dauernd, er hat sich immer mitgenommen. Hier ist oben drauf, hab ich nur Fahrstuhl. Ich hab ihn geholt der durch war. Ach, fleck mich. Sorry Flo. Ja, kein Ding. Er lädt schon. Er lädt noch schon. Er lädt doch schon. Jawoll. Oh mein Gott, Mono-Roll! Ja, Raubherr! Sau-gut gemacht! Ja, übel-weak, ich müsste kurz an der Seite drüber gehen. Denken gern, wie die ganze Zeit. Ja, ich hab' nicht mehr gesehen, dass du das geholt. Denken Gott! Sau-gut stark gemacht! Applaus dafür! Wut, 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 wut! Erstmal ne Zigarette knechten. Ja, das muss ich jetzt auch. Bin ich aber auch dafür, erstmal immer drauf, ne? Ich geb mir aber was zu trinken und ich bin gleich wieder da. Pump it! Pump it, baby! Pump it up! Fünf Runden! Acht Runden, Alter. X5? Acht! Ja, ich meine nur, um zu gewinnen. Egal! Acht! Was für ne Mentalität hier! Kann nochmal quatschen, oder? Hahahaha! Müssen tun wir fünf wollen, wollen tun wir acht... Ganz einfach! So, so, Mentalität hier schon wieder, ne? Dann muss ich gleich mal n'ne Gegend schießen! Halter Maul! Wir holen acht, fertig! Wut, 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 wut! Der Diabacht mit Chardempfa sieht voll gay aus. Völlig sieht's gay aus! Schwanzverlängerung hast du aber nötig, so jetzt rein! Ah, ich fresse hier an dir! ich bin durch habe ich habe beide an der bombe weg ich bin gestorben Was soll das? Ich dachte, ich hätte nur Feuer gemacht. Ich dachte, es sei einer. Nee, hast du nicht. Das musst du selber auch nachladen, Mann. Ja, dann sag doch was. Dann hätte ich aufgehört, ne? Mensch. Du schießt woanders hin. Da gibt's hier wo unbehört. Sollen wir gleich mal auf A gehen, oder? Ja, ich war ja schon rot. Ja, wir gehen auf A, A, A. Jetzt. A. Ja, jetzt habe ich kein... Das muss man mir vorher sagen. Jetzt habe ich keinen Rauch mit. Egal, jetzt habe ich die Bombe und A. Scheiße. Du wolltest eh keinen Rauch, also zeig uns, was du vorhast. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe die Rauch verkackt. Hä? Äh, ja. Fahrstuhl ist einer. Pass ich. So. Okay. Komm mal zurück. Ich bin doch gerade ausgelaufen, aber Katie ist irgendwie auch gerade ausgelaufen. Äh, ja. Nein, nein. Was ist denn? Nein, reg doch die Bombe! Ich schreit die ganze Zeit. Ich bin immer noch alleine. Nein, nein, nein. Hör auf, hör auf! Geh weg! Oben rein! Oben rein! Was ist das? Nein, oben ist gleich immer. Denke ich. Ja. Jetzt musst du was machen. Ich hätte direkt hinterher müssen, glaube ich. Mach da! Ja, wegrennen ist jetzt nicht noch auf B! Nee, das wird nichts los. Switcht echt auf B um. Geh doch nicht auf B! Nee! Oh, nee! Die rampelt aber viel zu viel vor. Oh, der ist da! Geh durch die Mitte! Geh durch die Mitte! Da dann, ja, genau. Hol den Diamant, Katie, du musst gehen. Du musst nach vorne gehen! Lauf einfach! Da ist doch eh sonst kein Werb! Und bitte, du holst ihn noch drüber! Ja, voll! Ja, voll! Mein Gott! Geh doch! Oh, der hat nen Surferdrick grad! Ich wurd so sauer, ne? Ich wurd so sauer?! Ja, ehrlich! Ich steh da schon drei Stunden am A-Dingsbums, ey, und keiner kommt mal dahin, ey! Da war ich schon sauer! Ja, da musst du dich schneller legen! Ja, ich wollte erlegen, aber ich war alleine! Ja, du sitzt aber da die ganze Zeit alleine drin! Mach! Mach! Ja! Nochmal! Guck mal, treffe ich auch nicht den Stein da vorne halt, ja! Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn du diesen Stein diesmal nicht tritt! Ich hab ne Runde geholt! Ich hab ne Runde geholt! Ich hab auch nicht! Ich hab auch nicht! Ich hab auch nicht! Oh mein Gott! Ich bin... Ah! Los dich! Hä? Ich hab ne Runde- Nichts? Ich hab ne Runde- ja aber ja wohl blau gut er ist in der b die pb bb die janker Gut, gut, gut. Jetzt muss ich die ganze Zeit grinsen, weißt du? Jetzt krieg ich wahrscheinlich nichts mehr hin, weil ich die ganze Zeit so grinsen muss. Ja, aber warum grinsen? Ja, weiß ich nicht. Ich hab halt mal ne Runde geholt. Auf, nade, nade, nade! Oh mein Gott. Nein! Was ist los, Alter? Ja, hab ich nicht verletzt bekommen, Alter. Wo kam der her? Der hat mich gemessert, deshalb konnte ich nichts sagen. Wie, von wo? Von hinten, der hatte Timelight, ich hab grad hingeguckt und genau in dem Moment... Ach, wie guckt der denn da hin? Ja, das frag ich mich allerdings auch, ey. Der kam von hinten, Alter, was war das denn? Damit hab ich ja nicht gerechnet. Der hat mich hinten gemessert, ich hab hingeguckt und wieder weggeguckt und genau in dem Moment kam er, Timelight. Oh, nee, Mann. Mann, Mann, Mann. Noch mal, und jetzt aber defensiv haltet mal hinten, dass da keiner durchkommt. Das wäre cool. Ja, das wäre sehr cool. Wo ist der Rusher? Boah, hier rusht was, aber... Hast du den? Ja. Mit der Schluch... Ih, nade. Ich bekam ne nade. Ich bin weg. Meiner wäre ein Freddy, der ist recht. Den hab ich. Hast du, okay. Ja, der ist von mir. Auch in einer Mitte. Hinten down. Hinten? Hinten drei Jungs, hinten drei. 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 Sehr schön, sehr schön. Ja, aber... Das dauert zu lange. Doch, doch, dann mach ich. Dann werf ich eine. Wenn da einer durchkommen sollte, musst du den gleich wegziehen. Ich weiß. Ich hab's fast gesehen vorne. Ich hab's fast gesehen vorne. Hinten. Wie kommt der denn schon wieder hinter mir? Drei. 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 Ich hab' dann direkt zwei durch. Meine Claymord hat einen hochgejagt. Dann hab ich nur noch dazu mit. Und... Die kommen gleich mit drei Leuten. Hinten. Hinten. Ich? Mitte wieder. Drei Stück. oh ich lebe noch, oh mein Gott, schnell rot wo war der Fallstuhl? Bommel hast du? gelegt, ja leg bitte alter, was ist los hier, ich hab Mitte gesaved sehr schön, Rampi wie alter, butz jetzt muss ich noch bei denen ich hab sie mit das bin am spawn bei denen immer noch da ist man vorne, hab ich sehr schön das gefällt ihm ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert am, am, am du hör deine Zigarette jetzt anstecken nein, 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 die kommt erst nach dem ZB ne Zigarette tut's auch nochmal, nochmal, nochmal ja Mono, schmeiß gleich deine Nades hinten rüber ja ich hab die Clemo dabei achso, ok, dann schmeiß ich die Nades ich lauf gleich mal nach rechts ja da kommt einer durch, zwei Mann unten in die Mitte rein nach B ja oh, ich kann nicht legen, weil ich leider abgeschossen werde ja wir fahren überall um mich herum, unsere Leute aber ich werd abgeschossen ja 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 das war super auf jeden Fall Teamwork, Katie direkt wow Teamwork hier, richtig geowned, Alter nächstes Mal Katie beschützen, die Devise beim legen ich stun ich stun wieder wow boah, stun ja, ist alles gut, ich bin weg pass auf, ich schmeiß meine Nades nach hinten Abin Abin schönes Teil Abin oh mein Gott, ja ja ich sag's hier hm 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 ein ein 6 6 11 11 12 7 9 9 5 5 5 5